Das WB-Gespräch von Willi Sauerbote wird Ihnen präsentiert von den Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menzenau und Ottos. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauerbote. Die Sommerpause geht zu Ende. Die Ferien sind für die meisten vorbei. Der Alltag hat uns wieder. Auch in der Politik fährt der Betrieb wieder an, auch im Kanton Nuzern. Mein heutiger Gast ist Thomas Alois Hoddu von Schötz. Der SVP-Politiker gehört mit 27 zu den Jüngsten im Parlament. Er rammt aber seit einem halben Jahr bereits als Vize-Fraktionspräsident der SVP. Herzlich willkommen, Thomas Hoddu. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe es gesagt, Sie sind sehr jung in die Politik eingestiegen. Gibt das einen bestimmten Grund? Haben Sie eine Art Schlüsselerlebnis gehabt? Also Schlüsselerlebnis, das es bei anderen Politikern gab, hat es jetzt bei mir nicht gegeben. Also ich angefangen hat das am Küchentisch. V.a. mit dem Grossvater hat es immer wieder Debatten gegeben. Also ich muss vielleicht noch sagen, wir sind meistens die gleichen Meinung gewesen. Wir haben viel zusammen die Arena angeschaut oder sonst irgendeine Sendung mit einem politischen Schwerpunkt. Und das hat mich eigentlich von Kindsbein an immer interessiert. Da muss man vielleicht auch noch sehen, ich bin in einem bäuerlichen Umfeld aufgewachsen, die Eltern, die Bauern. Der Grossvater war auch Bauer, ich habe auch Bauer gelehrt. Und das ist eigentlich von der ersten Stunde an hat eigentlich Politik ein Gewicht, weil jede Entscheidung, die in Bern oder auch in Luzern getroffen wird, die die Landwirtschaft betrifft, hat dann direkt einen Einfluss auf uns. Und ich erkläre es mir auch so, dass die Bauern allgemein, v.a. die jungen Bauern, ein höheres Interesse an der Politik haben. Und dadurch hat es vielleicht auch die ein oder andere Bauern mehr im Parlament, als was es sonst hat. Wollen Sie auch andere Junge motivieren? Sind Sie immer noch relativ wenig Junge in der Politik? Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand wegen mir oder jemand anderem, der junge Politik ging, ist motiviert, wer das auch zu machen, ist das sicher ein Gewinn auch für die Gesellschaft. Wir reden auch von der Überalterung in der Politik. In der Schweiz ist die Pflicht nicht so extrem wie z.B. in Amerika. Aber es tut es sicher gut, wenn junge Leute dabei sind. Die haben eine andere Sicht. V.a. wenn man jetzt digitale Tierungsthemen anschaut, haben die sicher eine andere Sicht als vielleicht ältere, die nicht mit dem aufgewachsen sind. Und ich finde, es bringt wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft. Und wir junge Leute wurden partizipieren. Partizipieren. Genau. Das ist eine schwierige Sorte. Aber das Problem ist natürlich, vielleicht geht es uns so gut, dass sich die jungen Leute nicht so für die Politik interessieren. Dann hat man ja in der Regel auch andere Interessen. Aber sicher mal die Beteiligung der jungen Leute wäre sicher gefragt, auch an der Urne. Warum haben Sie sich für die SVP entschieden? Ja, das war jetzt für mich natürlich das naheliegendste. V.a. in der Landwirtschaftspolitik haben mich die anderen Parteien einfach immer wieder enttäuscht, weil sie einfach Entscheidungen getroffen haben, die für uns nicht gut gesehen sind. Und es wird heute immer abgeschritten, auch von diesen Parteien. Und das hat mich hauptsächlich zu der SVP bewogen. Und nachher auch in Sachen Europapolitik. Ich finde es ganz eine schlechte Idee, wenn wir uns stark an die EU-Orden anlöchern. Ich kann auch nicht verstehen, warum das linke Kreise will. Also in der EU wird nachher einfach alles in Brüssel bestimmt und wir haben nachher nichts zu sagen. Und das ist eigentlich für mich das Hauptargument gewesen. V.a. weil sie immer und immer wieder Recht bekommen hat. Ich bin noch im Kanton. Da ist die SVP inzwischen wieder als Regierungspartei etabliert. Jetzt nach dem Paul Winickr mit dem Armin Hartmann in der Regierung. Und trotzdem kommt es ja manchmal ein bisschen vor in den Kantonsparlamenten, während immer noch in der Opposition. Warum das Bild? Wir sind natürlich die SVP und wir machen die Politik so, wie wir es für richtig finden. Und uns wird immer vorgeworfen, dass wir einfach zu allem Nein sagen. Das finde ich ist nicht so. Wir haben ja meistens auch eine Begründung, warum das wir Nein sagen. V.a. mal, wenn es das Volk direkt betrifft. Wir sagen ja auch bei den Wahlen, für wen das wir einstehen. Und das gilt es einfach auch zu verteidigen. Und die Leute erwarten das für uns. Die, die uns wählen, dass wir uns dagegen stellen, wenn etwas nachteilig ist für die Bevölkerung. Sie beherren sich also gegen das Nei sagen-Limage? Ja, auf jeden Fall. Wir sagen zwar schon Nein zu etwas, aber wir begründen ja das auch, warum Nein. Und wir machen es einfach so, wenn wir es für richtig finden. Und ich finde jetzt einfach ein Ja-Sager auch nicht unbedingt sympathisch. Es ist gerade, wenn man schaut, z.B. die E-Wer-Abstimmungen, wie es ja auch gesagt hat, 1992. Alle Parteien sind dafür gewesen, auch viele von der SVP sind auch noch dafür gewesen. Und einfach Ja sagen, das ist nicht immer das Richtige. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, Nein sagen, das ist auch eine starke Meinung. Und das wird einfach für unseren politischen Gegner werden wir natürlich dort reingestellt, dass wir immer Nein sagen. Aber ich wage sie zu bezweifeln, ob die Grünen oder andere linken Parteien die sagen auch viel Nein, es kommt einfach nicht in den Medien. Was wir ihnen auch immer vorwirft, dass wir die SVP Probleme gerne ein bisschen bewirtschaften, statt sie zu lösen oder Lösungsversuche vorzuschlagen. Sagt es das im Asylwesen, sei das bei Stadt Landgraben. Was sagen Sie auch dazu? Also das Asylwesen ist ein ganz gutes Thema. Dort sind im Parlament, also ich auch schon mit Franz Greuther oder mit unserer neuen Nationalrätin Fronit-Almen geredet. Und dort kommen sehr viele Anträge von der SVP. Zu einem Geschäft sind 50 Anträge von der SVP und sind alle abgelehnt worden. Und nachher am gleichen Tag steht in der Zeitung die SVP die Probleme bewirtschaften. Und von keinem einzigen Antrag ist geschrieben gewesen. Und das finden wir einfach, das geht nicht. Und die anderen Parteien bringen direkt Wolkenlösung. Sie sagen einfach, wir müssen mit dem Leben leben. Thema Zuwanderung. Und aus unserer Sicht kann es einfach nicht sein, dass wir zu 10 Millionen Schweiz werden und das Leben für die Schweizerinnen und Schweizer immer teurer wird. Jetzt sind wir wieder ein bisschen in die Bundespolitik abgeschweift. Vielleicht zurück zu Ihnen als Kantonsrat. Bei welchen Themen setzen Sie Ihre persönlichen Schwerpunkte zu Luzern? Also vor allem Bildungspolitik, das finde ich ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass die jungen Leute sich auch für eine Berufslehrein entscheiden und nicht nur studieren gut ist. Nachdem finde ich den Vorschlag von Marvin Hartmann zu diesem Berufsbachelorreich eine super Idee. Dass hier den Berufslehrer auch auf diesem Level erhält, das er verdient. Und natürlich die Landwirtschaftspolitik. Dort bin ich einfach aufgewachsen. Dort habe ich meiner Meinung nach auch die grösste Expertise. Dort habe ich auch schon Vorstösse eingebracht. Und ich will dort einfach, dass wir die produzierende Landwirtschaft erhalten. Und nicht so, wie es der Kanton im Moment will. Einfach Tierhaltung abbauen. Und Bauern in eine andere Nische hineindrängen. Und nachher die baulichen Massnahmen nicht bewilligen, die es dafür brauchte. Bei der Kommission sind Sie bei der Wirtschaft und Abgabe, also bei der WAC. Ist das Ihre Wunschkommission gewesen? Oder sind Sie jetzt einfach da drin gerührt worden? Also in den letzten Jahren ist die Kommission nicht so gefragt gewesen. Also sie hat eigentlich wenige Sitzungen gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht wegen dem wenige dort rein wollten. Aber bei mir ist das eigentlich an zweiter Stelle gestanden. Und ich habe das gerade rübergekommen. Und das finde ich gut. Ich finde das auch sehr interessant. Gerade die Steuerstrategie haben wir jetzt intensiv behandelt. Kommt jetzt auch zu einer Erfolgsabstimmung. Und es ist sehr spannend, habe ich gemerkt, wenn man da von Anfang an mit dabei ist. Und auch seine Ideen kann reinbringen. Und man meistens vor der Öffentlichkeit informiert werden. Irgendetwas entschieden werden. Also bis dahin habe ich die WAC als sehr spannende Kommission empfunden. Sie sind nach relativ kurzer Zeit, also etwa ein Jahr gewählt, bereits Vizepräsident, zum Vizepräsidenten gewählt worden von der Fraktion. Was bedeutet Ihnen die Aufgabe? Gibt das mehr Arbeit vor allem? Oder ist das auch etwas, wo man sich profilieren kann? Also ich habe das überhaupt nicht genommen, um mich zu profilieren. Ich habe es auch etwa zweimal abgelehnt. Ich bin ja in einer Ausbildung, ich studiere Agronomie zu Zollingkaufen. Da habe ich zuerst gesagt, ich habe keine Zeit für das. Und nachher, aufgrund von fehlenden Alternativen, haben sie natürlich nachher gefragt, ob ich es nicht gleich machen möchte. Und da habe ich dann ja auch so, wenn es nicht zu viele Sitzungen gäbe, zusätzliche, dann könnte ich mir das vorstellen. Und ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich für die Vernehmlassungen zuständig, dass sie frischgerecht eingereicht werden. Und auch inhaltlich, dass es mit unserem Parteiprogramm übereinstimmt. Einfach das noch ein bisschen durchlesen, präzisieren, wenn es vielleicht nicht ganz genau am Stimmen ist. Und ja, das ist sicher auch spannend. Die Vernehmlassung, das ist eigentlich der politische Prozess von DETA. Das, was man dann nachher im Ratssaal sieht, das ist eigentlich schon das Ende des politischen Prozesses, wenn es da die Abstimmung geht. Bei der Vernehmlassung kann wirklich von Anfang an dabei sein. Und dadurch finde ich das sehr spannend. Das ist noch ein interessanter Aspekt. Sie haben gesagt, sie sind fast ein bisschen reingeschöpft worden. Und es ist ja, manchmal bei der SVP, das geht auch bei den Gemeinderäten oder so, man findet, oder die SVP ist zwar in vielen Gemeinden die stärkste, also die zweitstärkste Partei, aber man findet keine Leute. Woran kommt das zu liegen, also wo sich die Wetteit engagieren? Ja, das ist natürlich ein bisschen geschichtlich bedingt, habe ich es für. Oder wir hatten rote Gemeinden, schwarze Gemeinden und gemischte Gemeinden früher. Und das sind dann heute noch die zwei Parteien, die dominieren. Und jetzt da jemanden zu finden, der sich nachher öffentlich kennengestellt, ich bin bei der SVP, das ist in gewissen Gemeinden ist das natürlich immer noch schwierig. Und nachher auch aufgrund von fehlenden Erfolgsaussichten vielleicht, oder? Oder da wird ja, einmal in den letzten Jahren ist es so gewesen, wird alles da einfach zum SVP-Kandidaten verhindern. Und meistens kann man das, da müsste jetzt jemand wahnsinnig angefressen sein, dass er so etwas zweimal macht. Und ich sage, das ist das hauptsächliche Problem, dass sich niemand verheizen will. Weil es wird natürlich im Dorf geredet, ja, der kandidiert jetzt für die SVP. Und es wird geredet über einen, und das muss man einfach aushalten und einen breiten Rücken haben. Und das ist sicher schwierig, so Leute zu finden. Sie haben nochmal einen Blitzstart kennengelernt als jungen Politiker. Sie sind jetzt im Kantonsjad. Haben Sie Ambitionen, dass es dann so eine Stufe höher geht, oder in eine Exekutive-Richtung? Oder wie sieht das aus? Also gegenwärtig ist das sicher kein Thema. Die nächsten Wahlen sind eigentlich noch weit entfernt. Und auch jetzt der Herbst, also der letzte Herbst, ist das auch kein Thema gewesen. Und jetzt bin ich frisch ins Kantonsparlament gekommen. Ich habe mich jetzt dort eingearbeitet und möchte dort meine Arbeit weiterführen. Und auch deswegen steht das im Moment gar nicht zur Frage. Bestens wünsche ich mir wieder viel Erfolg bei der politischen Arbeit und auch beruflich. Herzlichen Dank sind Sie da gewesen, Thomas A. Hodl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es gewesen, unser aktuelles WB-Gespräch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Boti ist Ihnen präsentiert worden, von den Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Krono AG in Menzenau und Ottos. und Ottos. Und dann können Sie die הנstrahlung